In vielen Bereichen gibt es momentan Lieferprobleme, bei Schweißgeräten zum Glück nicht. Ganz im Gegenteil, da gibt es momentan so tolle Aktionen wie lange nicht mehr. Wir gucken uns das alles zusammen an. Ich habe eine Menge für euch zusammengesammelt. Informationen zum neuen Lidl Multischweißgerät, was kommen soll. Informationen zu verschiedenen Geräten, die endlich wieder lieferbar sind. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, tolle Aktionen. Anfangen tun wir mit den Fülldrahtschweißgeräten. Das Thema Fülldrahtschweißgerät ist natürlich sehr, sehr interessant für viele. Man hat ein Schweißverfahren, das ist von der Anwendung her ähnlich einfach wie das Mackschweißen. Du brauchst aber keine Gasflasche. Es spritzt ein bisschen mehr, muss ein bisschen mehr reinigen hinterher. Aber für viele Anwendungen und gerade für viele Anfänger, für viele Hobbyschweißer, ist das wirklich ein schönes Verfahren. Das Parkside Fülldrahtschweißgerät ist seit Anfang des Jahres, oder ich glaube seit Mai oder April ist das auf dem Markt, und ist eingeschragen wie eine Bombe. Sehr, sehr beliebt. Man sieht das auch an den Zahlen, Verkaufszahlen, an den Zahlen der Bewertungen, wollte ich sagen. Also das ist wirklich der absolute Hammer. Es war eine Zeit lang nicht verfügbar, jetzt ist es wieder verfügbar. Allerdings nicht für 99 Euro, sondern für 119, also nicht im Angebot, sondern zum normalen Preis. Das M130 Mini hatte ich mit dem Gerät verglichen. Das Gerät ist ein bisschen teurer mit 140 Euro, kann aber deutlich mehr. Hat einen besseren Funktionsumfang, kann deutlich mehr, kann auch Elektrode schweißen, hat einen digitalen Display, hat die verschiedensten Einstellungsmöglichkeiten zusätzlich und bietet da halt um einiges mehr und hat auch eine bessere Ausstattung, muss man ganz klar sagen. Die erste Charge davon, die wurde jetzt ausgeliefert. Man konnte das vorbestellen. Die sind gleich komplett alle ausverkauft gewesen. Jetzt kommt wohl im August die zweite Charge. Eventuell wird es von Weldinger da auch nochmal die Möglichkeit geben, dass man das Gerät auch wieder vorbestellen kann. Also es ist wirklich ein optisch schönes Gerät, wirkt so ein bisschen futuristisch, aber es ist wirklich schön und es vor allen Dingen schweißt sehr gut. Es hat für alles Vorgaben. Es ist wirklich ein kleines, kompaktes Gerät. Es hat ein abnehmbares Schlauchpaket. Das heißt, man kann das später auch mal wechseln und, und, und. Es ist wirklich ein tolles Gerät, muss ich wirklich sagen. War ich schwer von begeistert. Ich musste meins leider wieder abgeben. Das ist dann nach Italien gegangen. Ich werde demnächst eins kriegen und dann machen wir da nochmal zwei, drei schöne Videos zu. So, als nächstes gucken wir nochmal bei Parkside rein. Das ist auch sehr interessant. Wenn man hier aktuell sieht, es gibt noch Füllrad, es gibt die Helme, es gibt den Lidl Plasmaschneider, den gibt es jetzt wohl dauerhaft, mit dem Pilotlichtbogen, ist auch ein schönes Gerät, sage ich mal. 149 ist auch nicht zu teuer. Gab es, glaube ich, 129 im Angebot. Und hier haben wir aktuell den Plasmaschneider mit integrierten Kompressor für 179 Euro, habe ich so günstig noch nicht gesehen. Ja, soll wohl im Herbst auch rauskommen mit Pilotlichtbogen dann, wenn man es haben möchte, wenn man es braucht. Aber für viele reicht das Gerät sicherlich auch aus. Und für 179 Euro ein Gerät mit integrierten Kompressor, das ist schon ein sehr, sehr guter Kampfpreis. Und dann, das habe ich auch entdeckt, das Lidl Parkside Multischweißgerät, das war auch eine Zeit lang nicht mehr vorhanden. Aktuell ist es wieder bestellbar. Da soll auch eine neue Version rauskommen. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich warte da eigentlich drauf, dass ich da ein Mustergerät kriege. Das wurde mir da versprochen. Ich habe da ja so ein bisschen, sage ich mal, leichten Kontakt. Also nicht mehr, nicht weniger. Aber ab und zu kriege ich ein paar Mustergeräte mal zugestellt. Natürlich auch mit der Prämisse, dass ich die euch hier in der Form vorstelle. Aber wie gesagt, ich warte da drauf. Ist aber nach wie vor, sage ich mal, für den Preis gibt es nichts Vergleichbares. Es wird für den Preis was Vergleichbares geben. Das kann ich euch auch schon mal sagen. Weldinger will auch ein absolutes Einsteiger-MIC-Max-Schweißgerät auf den Markt bringen. Ich durfte da exklusiv letztes Jahr schon mal mit der Null-Serie schon mal schweißen. Und das hat mich wirklich auch sehr beeindruckt. Bei Weldinger wird dann wahrscheinlich der Vorteil sein, soweit ich das damals gesehen habe, dass man beim MIG-Max-Schweißen unter diese 50 Ampere kommt. Also ist wahrscheinlich ein bisschen geeigneter für Dünnblech oder so. Das werden wir sehen. Wir werden dann die Geräte auf jeden Fall mal miteinander vergleichen. Aber ich bin natürlich gespannt, wenn da ein neues Multischweißgerät rauskommt, was das dann so zu bieten hat. Ich warte da täglich drauf und wenn es kommt, dann werde ich mich gleich damit in eine Werkstatt verziehen, ein Video machen. Könnt ihr schon mal gespannt sein. Aber ich sage auch so, für 219 ist das auf jeden Fall auch ein schönes Gerät für alle, die mit MIG-Max-Schweißen einsteigen und dann auch wirklich mit abnehmbarem Schlauchpaket, mit Aluminiumprogrammen, mit den verschiedensten anderen Programmen, mit synergischer Einstellung. Das heißt, ein Drehregler, das schweißt. Das heißt, wenn man da noch Einstellungen zu haben möchte, ich habe ja meine schönen Aufkleber dazu, die sind auch sehr beliebt, so als Hilfsmittel noch für den Anfänger. Also ist ein schönes Gerät. Muss man ganz ehrlich sagen, ist nach wie vor ein schönes Gerät. Und ich bin gespannt, wie sich die neue Version dann schlägt, ob es nur eine optische Veränderung ist, ob es auch wirklich sonst noch andere kleine Veränderungen gibt. Da wird es sicherlich ein paar kleine Nuancen geben, die sich geändert haben. Ganz grundsätzlich wird sich das Gerät sicherlich nicht geändert haben. So, was machen wir? Wir gehen noch mal zu meinen Lieblings-WIG-Schweißgeräten rüber. Das habe ich auch noch mal aufgemacht. Das ist nach wie vor, das sind nicht irgendwelche Angebote, das sind dauerhaft gute Angebote. Da fange ich an bei der Aktion bei Weldinger mit dem WE2003P. Das ist ein kleines, kompaktes WIG-Schweißgerät, WIG-ACDC-Schweißgerät, mit allem, was man in irgendeiner Form sich vorstellen kann. Das hat also wirklich alle Funktionen, alles, also ist wirklich ein schönes Gerät. Kostet 628 Euro hier mit Helm, mit Schlauchpaket, mit Handschuhen, mit Düsenset und dergleichen. Also finde ich nach wie vor gut. Das hier ist mein Lieblings-WIG-Schweißgerät, WE204P. Ist auch wirklich sehr bewährte Technik. Das Feedback dazu ist auch gigantisch. Gibt es mittlerweile auch als Set mit Druckregler. Und ja, sonst haben wir hier auch noch, wie gesagt, das WE209P, habe ich auch. Ist auch ein sehr schönes Gerät. Das ist halt auch nach wie vor, das gehört dann auch zu aktuellen Empfehlungen, weil das sind so meine dauerhaften Empfehlungen. Ich switche hier immer rum und das muss ich euch auch noch zeigen. Das ist der absolute Hammer. Bei iPod Tools, die haben eine Sommer-Sale-Aktion. und haben ausgesuchte Geräte, aber die haben fast alles ausgesucht, mit einem Rabatt. Und da kriegt man wirklich schöne Angebote. Man hat hier 10%, 10%, 10%. Das heißt, du kriegst ein WIG-ACDC-Schweißgerät. Dieses ACDC-TIC200P kriegt man für 463,99 Euro. Ist auf jeden Fall ein Schnapper. Die legendäre Super-TIC200, da gehen wir mal rein. Eine Super-TIC200 für 581,99 Euro. Also ist wirklich unter 600 Euro, habe ich schon lange keine Super-TIC mehr gesehen. Gab es die mal für knapp 609 oder so, glaube ich. Also ist auf jeden Fall auch 10%. Und das Gleiche gibt es auch bei den Max-Schweißgeräten. Da sind es teilweise noch mehr als 10%. Das ist eine Aktion, steht hier nirgendswo. Wie lange es die gibt, wurde mir auch nicht gesagt. Und wenn man hier jetzt reinguckt, gibt es zum Beispiel die MIG-250, die legendäre MIG-250, minus 10%. Das heißt ein MIG-MAG-Schweißgerät mit 250 Ampere für unter 400 Euro. Eine MIG-225, 440 Euro. Und das sowieso schon günstigste MIG-MAG-Schweißgerät mit PULS auf dem deutschen Markt. Jetzt nicht mehr irgendwie 599, sondern 535 Euro, minus 15%. Ich habe mit dem Gerät geschweißt. Es gibt da eine komplette Playliste mit den Videos. Wir waren da alle sehr begeistert. Das Feedback von den Leuten, die sich das gekauft haben, sind auch sehr begeistert. Ich werde da auch sicherlich nochmal Videos zu machen. Und ist auf jeden Fall eine sehr interessante Option, denke ich mal, mit 15%. Also 15% ist wirklich schon ein absoluter Hammer. Und in dem Zusammenhang kann ich auch nochmal sagen, es wird auch nochmal ein PULS-Gerät von Haus und Werkstatt geben. Das wird aber erst im Spätherbst oder zum Weihnachtsgeschäft kommen. Das ist dann das ehemalige, wups, warte mal, ich gehe mal durch. Es gibt ja jetzt hier das MWE und es gab aber auch immer das MEW-202. Und dieses MEW-202 wird auch wieder neu aufgelegt. Dann halt nicht mit dieser WIG-Schweißfunktion, sondern halt auch wieder als MIG-MAG-Schweißgerät. Das fanden auch viele sehr, sehr schön mit einem digitalen Display. Und das Gerät bekommt dann auch PULS und Doppelpuls. Und das ist wirklich beeindruckend. Also wer sich für Weihnachten schon mal irgendwas wünscht oder so, der ist da sicherlich, ich hoffe, dass es dann auch kommt, der ist dann sicherlich sehr, sehr gut bedient damit. Also da bin ich gerade am Ausprobieren. Ich habe den ganz großen Vorteil, dass ich alle paar Monate mal nach Haus und Werkstatt hinfahre. Und die sagen dann, nimm mal ein paar Muster mit, probiere das mal aus, gib uns mal dein Feedback. Finde ich auch toll, dass man da irgendwo dann auch so, sage ich mal, gewissen Einflussbereich hat, dass man auch mal sagen kann, das gefällt mir, das gefällt mir überhaupt nicht. Oder das würde ich so nicht auf den Markt bringen. Ist auf jeden Fall immer eine schöne Sache. Ich setze mich unwahrscheinlich gerne hin und spiele mit so einem Gerät rum. So, ich habe euch jetzt eine Menge Sachen hier erzählt. Ich habe euch zugequatscht ohne Ende. Ich hoffe, das ist für den einen oder anderen interessant. Wenn hier was mit dem Lidl Multi-Schweißgerät, was Neues auf den Markt kommt, werde ich mich hinsetzen, werde ich dazu ein Video machen. Ich finde das wirklich sehr, sehr interessant. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, alle Produkte bzw. Links zu den verschiedenen Anbietern, Herstellern, findet ihr alle in der Beschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es alles in die Kommentare. Ich habe jetzt die nächsten Tage noch ein paar Sachen in Planung. Es haben sich so unwahrscheinlich viele Leute gewünscht, dass ich mit diesem Lidl Multi-Schweißgerät auch mal mit CO2 schweiße. Das werde ich sicherlich machen. Vielleicht ist dann das neue Gerät schon da. Dann kann ich das mit dem neuen Gerät auch verbinden und das auch gucken, ob es das dann auch in irgendeiner Form da möglich ist. Das Video mit dem CO2 schweißen, das ist wirklich sehr interessant. Das verlinke ich hier am Ende nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Guckt euch die ganzen Aktionen an. Bis dann, euer Manni. 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 Vielen Dank.